So einfach ist das. Aber obwohl, die darf doch nicht sterben. Nee, nee, ja, abbrechen. Oder gibt's da einen Weg, so eine Kindersicherung kaputt zu kriegen? So, da die, da die, da die, ja. So, die Kaffeehalterung. Scheiß auf Kaffeehalterung. Da müssen ein Airbagen. Ich bin da gerade so ein bisschen überfragt. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ich zurückspule. Schätzungsweise. Wo ist das? Nein. Scheiße, ich hab zurückgespult. Ich wollte ja... Jetzt will ich kurz zurückspulen, damit ich... verändern. So, jetzt machen wir das Ganze noch mal ein bisschen. Handtasche öffnen. Zack, 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 zack. Oh, 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 oh. Jetzt geht's. LCD, ich bin schon einschalten. So. Das war schlimm. Ja, Jax, du bist der Beste. Hast du Jax gefunden? Jax, Jax. Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorieltherapie zu lesen? Hallo Papa, ich darf mal reich kaufen mit Mami. Hallo mein kleines Schlauschen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Schals, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. des Menschen mit dem Schnitz steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Bitte lass es klappen. Du kriegst ein Geschenk zu Hause. Da ist die Ampel. Nelly, sitz still und sei ruhig. Mami, schau. Nelly, setz dich wieder hin. Nelly, hinsetzen, sofort. Kindersicherung aktiv. Mami will nur, dass es dir gut geht. Das darfst du nie wieder tun. Ja, ja, ja. Ja, 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 ist ja gut. Ach, Mann, ey. Das ist doch scheiße. Hätte ich das vielleicht doch mit dem Kaffeebecher nehmen sollen? Also, der Bildschirm war gut. Vielleicht die Kaffeehalterung, damit diese Kindersicherung weg ist, ja? Ja, das werde ich jetzt nochmal versuchen und dann kann es meinetwegen vorwärts gehen. Bam, 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 ja. Sehr schön, sehr schön. Warum muss das auch als erstes sein mit dieser Kaffeehalterung? Boah! Ja. LCD-Fernseher aus. Stromrechnung nicht bezahlt. Poing! Den, 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 den. Ach, guck mal, Bärchen. Jetzt nicht mehr. So. Jetzt haben wir den Airbag. Zurück. So. So. Und jetzt nehmen wir die Kaffeehalterung und lösen. Zack. Jetzt machen wir das Ganze, weil wir das ja schon kennen. Machen wir das so. Bam, 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 bam. Soll ich die Tasche jetzt aufmachen? Ich mach's auf. Ich geh kein Risiko mehr ein. Öffne dich. Scheinbar muss man Nillen töten. Und der Verkehr war schlimm. Schlimm. Ja, Dex. Na, 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 na. Müsste jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier vorspule. Müsste jetzt. La, 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 la. Schau dir nicht in deinem Hut fippen. Ich glaube, es ist schon. Sprich mir. La, 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 la. Jetzt denke ich, es ist besser, wenn du das wirst. Hör auf damit. Hör auf damit, Nillen. Die Scheibe ist scheiße. Das ist kass. Nillen! Hinsetzen! Sofort! Oder man könnte natürlich auch noch die Scheibe zerbrechen, damit... Aktiv. Hä? Okay. Ähm, hat das jetzt überhaupt irgendwas gebracht? Hat das irgendwas an dem Ding verändert? Nillen! Mami hat doch gesagt... Ach, komm. Ich habe es nicht geschafft. Ach, komm, ey. Ja, es ist... Dieses... Dieses Level bringt mich gerade echt um den Verstand. Ich werde jetzt mal versuchen, das mit dieser Scheiß-Scheibe zu machen. So. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht, ja. Haben wir hier eine Chance. Und ich muss nicht wieder ganz bis zurückspulen. Das mit dem Airbag ist ja sowieso eine dämliche Idee gewesen. Frontscheibe! Bang! Was ist das? Verdammt! Ich verstehe nicht! Au, Kompass. Ich habe... Ich raff's nicht, Leute. Ich raff's gerade ehrlich nicht. Die Scheibe zu zerbrechen ist keine gute Idee. Kaffee zu versprühen ist keine gute Idee. Airbag zu lösen ist keine gute Idee. Irgendwas muss mit Nillen passieren. Ich sehe aber noch nicht was. Irgendwas ist hier. Ja? Irgendwas ist hier. Aber ich weiß nicht was. LCD-Fernseher. Ja, Jax ist im Fernsehen. Warte mal. Wenn wir jetzt... Jax rauslassen. Oder wir lassen das Ding zu. Vielleicht, wenn wir die Tasche zu machen. Es gibt so viele verdammte Möglichkeiten, die man hier machen kann. Zack, 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 zack. Geh zu. Ja, haben wir das zu. Zähler, Liebling, ist alles in Ordnung? Zack, 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 zack. LCD-Bildschirm einschalten. Zack, zack. Kann ich das nicht irgendwie ein bisschen schneller machen? Schaut, dass die Kunden deine... Stich. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt die Scheibe zerwerche, kann es sein, dass die dann da durchfliegt? Ich probiere es jetzt einfach. Ja, wie scheiße kann es nicht sein. Wo ist die Scheibe? Zerbrechen. Was ist das? Verdammt. Ich denke falsch. Diese Scheibe ist scheiße. Diese Scheibe ist einfach nur scheiße. Vielleicht, wenn ich es jetzt mal so belaufen würde. Ja, 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 ist ja gut. Ja, 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 ist ja gut. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, Mami will nur, dass es dir gut geht, ja. Gibt es da auch irgendwie was, was man machen kann? Nein. Das ist deine... Ich verstehe es nicht, Mann. Jetzt muss ich wieder ganz bis zurück spulen, oder was? Wir machen ja gerade nichts anderes. Es tut mir leid, aber ich blicke da noch nicht so ganz durch. Das letzte war irgendwie einfacher, aber das ist gerade relativ knackig. Die Scheibe ist keine gute Idee. Der Fernseher ist keine gute Idee. Das Lösen der Halterung ist auch keine gute Idee. Den Airbag lösen ist keine gute Idee. So, machen wir den mal aus. Vielleicht muss ich ja doch zur Tasche greifen, ja. Öffne dich, Tasche. Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden... So, Mann, ich will nehmen und der Verkehr war schlimm. Der Verkehr war schlimm. Soll ich Jackson mal nehmen? Aktivieren. Ich mach mal das Ganze mal... Mal so. Okay. Vielleicht jetzt mit der Scheibe? Was ist das? Oh, scheiße. Das Memo. Schlechtes Wort, schlechtes Wort. Papa wird mich umbringen. Ich hab's. So war das. Mami? Mami? Nelin? Alles in Ordnung. Nicht schlimm. Es ist meine Schuld, Liebling. Mein Bein. Mami! Mami! Hm. Ich bin's. Ich bin's. Es gibt's. Ich bin's. Nelene, dein Bein Oh mein Schatz, du warst nicht schuld Ich war unvorsichtig Und es war dein Geburtstag Oh mein armer Schatz, es tut mir so leid Es tut mir auch leid Ironisch, nicht? Die Präsidentin von Memorize weigert sich Den schlimmsten Tag ihres Lebens zu vergessen Ich hatte all das vergessen Alles Madame, der Horrorist wurde auf dieser Etage entdeckt Ein Kommando soll dem Weg nach oben Danke Philipp Ich bin bereit Das Leben riss uns auseinander Aber du wirst immer meine Tochter sein Nie werde ich dir Schaden zufügen Mami, ich Geh Lauf Er führt dich aufs Dach Lauf Auf nie vergessen Philipp Morgen früh überdenken wir die Strategie für das Rückverwandlungsprojekt Gut dann Macht nun alle Schluss für heute Heim zur Familie Vielen Dank Vielen Dank.